Ey, seid ihr die Agro-Leute? Ja, ja, ja. Wollt ihr einen rauchen? Ich hab auch eine Bonk. Ja, klar. Immer. Die ist aus Glas mit Eis und ich mach immer Wasser rein. Okay, cool. Dann wo hast du die? Achso, mein Freund Hansi. Hansi hat die Bonk. Hansi hat er? Hansi! Hansi! Hey, hey! Hansi! Hansi! Hey, gib mal die Bonk Nuage gefickt! Bonk! Bonk!